Schrecksekunde für alle Zirkusfans. Hier brennt ein mit Tieren vollbeladener LKW. Auf einer Bundesstraße in den USA kommt es zu einem ernsten Zwischenfall. Zufällig entdeckt ein Sheriff mitten in der Nacht den brennenden LKW samt Anhänger. Der Fahrer kann sich schon vor dem Eintreffen der Beamten vor den Flammen retten und kämpft um das Leben seiner Tiere. Dank der schnellen Mithilfe der Polizisten können die Männer fünf Zebras, vier Kamele und ein Mini-Pferd in Sicherheit bringen. Bei der Rettung ziehen sich zwei Polizisten eine Rauchgasvergiftung zu. Zum Glück können alle Tiere unversehrt gerettet werden. All right, y'all need it, come on now! All right, und let's go.